was was soll ich denn jetzt machen was ich denn bloß sie sind weg ja boh-boh-leute euer Sero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 4point eigentlich wollte ich gerade die letzte Folge wenden und die neue Folge starten jetzt schneide ich es ganz einfach auseinander denn er hat gesprochen ja was machen wir jetzt Rüttlattbauten, wir gehen hier runter das war wirklich eine lange Sequenz das ist ihr los andere Leute die rumballern habt ihr schlecht geschießen oder was oh die sind schnell unterwegs ich muss eine Deckung suchen oh ich habe Erfolg bekommen ich auch immer Ernsthaft ich brauche unbedingt eine andere Waffe gegen die wieso funktioniert das hier nicht was ist denn los naja neue Gegner das war das war das war das war das war Mist. Kaboom! Mein Freund, kaboom. Was sind das für Viecher? Wir sollen Geschoss werfen. Das wird sich jetzt geknöpfen. Holy shit, das sind viele. Sonne Scheiße. Ok, da ist die Kamera. Wollen wir doch die Dudes angucken, ihr Schweine. Das scheint Roboter zu sein, oder? Kann sie sich nicht mal ordentlich angucken. Das ist kein Wasser, das hier auf diesem Planeten entstanden ist. Das haben wir mitgebracht. Das... Plasma-Gewehr. Plasma-Gewehr. Diese Alien-Waffe verschießt Plasma-Salven und besitzt einen eingebauten Energieschild. Nach fünf Salven muss die Waffe nachgeladen werden. Bei Aktivierung entlädt sich der Schild mit der Zeit und wenn er Schaden nimmt. Doch er lädt sich bei Deaktivierung wieder auf. Das check ich nicht ganz, aber gucken wir mal wie er schießt. Nice Geschichte. Ah, ich sehe schon wie der Schild funktioniert. Na, kommt her. Ok, wir gehen wir kurz in Deckung. Ok. Alien, so, so. Mit Schuss laufen, ist ok. Mir geht es einigermaßen gut. Fels ist los nachladen. Ok. 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 Ich sehe schon. Nicht so einfach. Ich mach es mir einfach, Freunde. Komm her. Ich hab ihn nicht getroffen, ne? Ich hab ihn nicht getroffen, ne? Ich baller die jetzt einfach vom Weiten weg. Es reicht mir mit euch. Was habt ihr gehört? Ich sniper jeden einzelnen von euch Kollegen weg. Scheiß egal. Aber wie muss man doch besser zielen können, oder? Keine Ahnung. Von Zielfunktionen. Geht hier irgendwie total. Willst du mich verarschen, oder was? Geht hier auf. Ich hab ihn noch hier. shit bolltreffer ach komm das war getroffen er hat gesessen wir gehen mal da oben lang dann haben wir nämlich eine gute sniperposition und die kleinen schweine sind da unten und sterben das ist auf jeden fall der plan ihr merkt schon ich bin jetzt richtig im spiel drin wer zum hänker seid ihr? oh scheiße sniper ich hab den weggel nicht ich glaube jetzt habe ich ihn sehr schön ich höre noch einen ich höre doch irgendwas jetzt hätte ich mir die schwarze gewünscht ouch ouch es ist unfair wieso will ich leben? es ist unfair wieso will ich leben? ericke gottets Woh! 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 Um, shall we? Woh! Okay, die Kroben! Woh! Was ist denn das? Alter! Ich seh deinen Schatten, Bro! Woh! Fuckin' dumb dogs! Oh shit! Woh! Woh! Dritter Sniper! Ah, ich muss vor den Sniper angreifen! Der liege ich am Boden! Und da kann ich nicht gut umgehen könnte. Junge, Junge, Junge. Ich meine, es ist schon besser geworden, es ist schon besser geworden, aber da fehlt noch ein Stück. Scheiße, ich treffe ihn nicht. Ich bin in Deckung. Kann ich hier nicht ducken, ne? Hier bin ich in Sicherheit. Shit. Komm noch mal raus. Die Sniper ist so cool. Du wirst kein Ziel, ne? Nein. Ich darf mich nicht zu viel wegdrehen. Okay, wir gehen da rechts hoch. Ganz ehrlich, hier fühle ich mich ein bisschen sicherer. Bei einer erhöhten Position. Ach du Scheiße. Das ist keine Waffe, Schade. Das ist keine Waffe, Schade. Das ist keine Waffe, Schade. War der Mond vorher schon zerstört in den Aufzeichnungen? Das ist jetzt... Darauf hätte man vielleicht 8 nun sein. Es sieht schon krass aus, wie ich lieber einfach so ein Stück rausgefallen ist. Was? Nicht bewegen! Ich mach keine Wisse. Wenn du dich bewegst, schiebe ich! Bleib genau da! Ich hab auf dich gewartet. Sehr lange. Aber ich bringe dich um, wenn du Mist baust. Meine Eltern sagten, dass du kommst. Oh! Die Tochter. Ähm. Star vor Schreck. Ich bin ihre Tochter. Ich bin Grant und Evas Tochter. Was du von ihnen gesehen hast, passierte vor langer Zeit. Und ich habe seitdem auf dich gewartet. Hier lang. Okay. Damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Ich hab dir doch nur in den Hintern geschossen. Wo ist das Problem? Hm. Wahrscheinlich nicht so nett. Wie ich mich kaum bewegen kann an dieser Stelle. Wie ich mich kaum bewegen kann an dieser Stelle. War ich alles alleine. Ich mach keine Wisse. Wenn du dich bewegst, schiebe ich! Ja, ja. Komm rüber. Ich glaub ich hab mein Mikrofon getroffen, ne? Ja. Sorry. Ich ziel nicht auf deinen Kopf, keine Sorge. Ich muss das versuchen. Ja gut, Freunde. Ich würd sagen, wir sehen uns morgen einfach zu einer neuen Folge wieder. Ich glaub jetzt haben wir die 20 Minuten. Müssten in etwa sein. Ansonsten, gestern haben wir sowieso 30 Minuten gehabt. Da können wir heute auch ein bisschen weniger machen. Und dann sehen wir uns unten nach der Sequenz wieder. Haut rein, euer Sirot. Tschüss. Tschüss.